commerce tools ist eine cloud basierte saß lösung aus dem bereich digital commerce die dafür eingesetzt wird hoch skalierbare und sehr flexible digital experience für den kunden zu schaffen commerce tools basiert auf dem mag technologie ansatz max steht dabei für micro service based api first cloud native und headless mit dem mag technologie ansatz wird man in die lage versetzt sehr flexibel und sehr skalierbar unterwegs zu sein und damit den best-of-beat-ansatz zu verfolgen base.com ist commerce tools partner und setzt ebenfalls auf dem mag technologie ansatz somit können wir unseren kundinnen genau die hoch flexiblen und skalierbaren lösungen bieten die es in der heutigen zeit braucht